In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Fische Mehl und Mist, manche Leckerei, eine Riesen-Prosten-Bäckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Brauchen wir nicht Schokolade, Zuckermüsse und Zogaden und ein Riesen-Sick? Das stimmt! In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei probieren und dann kommt das Ei vorbei. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Fische Mehl und Mist, manche Leckerei, eine Riesen-Prosten-Bäckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in dem Weihnachtsbäckerei. Vielen Dank.